Diversität bedeutet für mich, einmal den Blick über den Tellerrand zu wagen. Wenn wir in allen Farben des Regenbogens vorurteilsfrei miteinander leben, dass wir trotz unserer Unterschiede auch alle irgendwie gleich sind. Egal welche Hautfarbe, welche Religion. Toleranz und Offenheit gegenüber allen Mitmenschen. Diversität heißt für uns, international zu studieren und zu forschen. Die ganz besondere Sichtweise, die jede Generation, jede Nationalität, ja jeder Mensch mit sich bringt. Die Gleichstellung aller Menschen. Dass ich weiterhin an einer Großversuchsanlage tätig sein kann. Der Erfolgsfaktor, um in Teams bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Diversität bedeutet vielfältige Chancen zu bieten und alle Potenziale zu nutzen. Und der Austausch der Kulturen. Diversität ist nicht, was man in Visieren sehen oder lernen kann. Diversität ist für mich, wenn verschiedene Instrumente zusammenspielen, um gemeinsam bewegende Musik zu kreieren. Diversität ist der Schlüssel zum Überleben der Menschheit. Durch Vielfalt wird Inklusion gelebt. Und Vielfalt bedeutet für mich, dass es auch für Senioren Studienangebote gibt. Weil ich auch mit jungen Menschen in Kontakt komme. Und ich finde es gut, dass auch wir Kinder hier studieren können. Und dass einem alle Türen offen stehen. Und dass jeder hier studieren kann. Unser Motto an der TU Dresden ist, Vielfalt schafft Wissen. Ohne Diversität ist das Leben einfach langweilig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020